Folge dem Rufen deiner Seele, denn es gibt noch so viel mehr im Leben zu erfahren. Diesen Erfolgstipp habe ich von Musiker Joshua Cattison bekommen und darum soll es in meinem heutigen Blogbeitrag gehen. Nämlich der Frage, was willst du wirklich im Leben? Es kommt nämlich nicht darauf an, dass du tausend Leute befragen musst, was du möchtest und was das Richtige für dich ist oder was vielleicht falsch ist, sondern nur auf dich selbst, auf innen zu hören. Und dazu gehört, dass du dir die richtigen Fragen stellst, denn die richtigen Fragen bringen dich zu der richtigen Antwort. Was diese Fragen sind und wie du herausfinden kannst, was du wirklich, wirklich willst, das verrate ich dir jetzt in meinem Blog auf www.normen-gra-eta.com